Bayern Stahlverabschied Um Bayerns Jerome Boatien gibt es kurz nach dem Double-Gewinn wieder Gerüchte um einen möglichen Vereinswechsel. Präsident Uli Hoeneß gab dem Weltmeister auf der Feier einen freundschaftlichen Rat. Quelle, Omnisport Der Präsident des deutschen Rekordmeisters spricht über die Zukunft des langjährigen Verteidigers in München, und wird deutlich. Präsident Uli Hoeneß hat Randfigur Jerome Boatien nach dessen lustlosem Auftritt bei der Double-Feier von Bayern München den Abschied vom deutschen Fußball-Rekordmeister nahegelegt. Ich würde ihm als Freund empfehlen, den Verein zu verlassen. Er braucht eine neue Herausforderung, er wird wie ein Fremdkörper, sagte Hoeneß am Münchner Rathaus bei Kunde ARD-BR. Boatien hatte nach dem 3-0-1-0-Sieg im Pokalfinale gegen RB Leipzig in seinem Wohnzimmer, dem Berliner Olympiastadion, wie bei der Meisterkrönung vor einer Woche darauf verzichtet, mit den Kollegen vor der Bayern-Kurve zu feiern. Stattdessen eilte er als erster Münchner in die Kabine. Bereits während der teilweise packenden Begegnung mit RB saß Boatien bisweilen scheinbar unbeteiligt und emotionslos auf der Bank. Während seine Kollegen immer wieder aufsprangen und mitfieberten, schien Boatien all das nichts mehr anzugehen. Der Vertrag des Weltmeisters von 2014 läuft noch bis 2021, die Bayern würden den bereits im vergangenen Sommer wechselwilligen Ex-Nationalspieler aber bei einem entsprechenden Angebot ziehen lassen. Boatien spielt seit 2011 für die Bayern und hat neben der Champions League, 2013, siebenmal die Meisterschaft sowie viermal den Pokal gewonnen. Bei Bayern München, meine Situation, wie sehe ich die? Hatte Boatien in den Tagen vor dem Endspiel gefragt, und sich die ehrliche Antwort selbst gegeben, es ist glaube ich für beide Seiten nicht die optimale Saison gewesen. In den Top-Begegnungen ließ Trainer Niko Kovac den gebürtigen Berliner, der im März seinen Platz in der Nationalmannschaft verloren hatte, links liegen. Er hätte sich gewünscht, dass er in den wichtigen Spielen mehr gespielt hätte, sagte Boatien, 30. Nun stehen die Zeichen auf Trennung, im Unfrieden? Ich war immer ein Spieler, der beim FC Bayern in den wichtigen Spielen da war, sagte Boatien, deswegen habe ich überhaupt keine Bedenken, dass mir da irgendwas nachgesagt wird. Liebe Leserinnen und Leser! Leider können wir Ihnen nicht zu allen Artikeln einen Kommentarbereich zur Verfügung stellen. Mehr dazu erfahren Sie in der Stellungnahme der Chefredaktion. Eine Übersicht der aktuellen Leserdebatten finden Sie hier. Gerne können Sie auch auf Facebook und Twitter zu unseren Artikeln diskutieren. Ihr Community Team